Ich bin Altersrentner, zahle freiwillige Beiträge in die Rentenkasse ein. Wann erhöht sich meine Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich habe eine E-Mail-Anfrage bekommen auf RentenBescheid24.de. Ganz einfach, ich bin Altersrentner, 63 Jahre alt und zahle noch freiwillige Beiträge in die Rentenkasse ein. Wann kann ich mit der Erhöhung meiner Altersrente rechnen? Das Gesetz ist relativ einfach. Im § 66 Absatz 3a Sozialgesetzbuch Nr. 6, das ist das gesetzliche Rentenrecht, dort bitte mal nachlesen, da steht drin, dass Entgeltpunkte oder Zuschläge an Entgeltpunkten aus Beiträgen nach Beginn einer Rente grundsätzlich erst mit Ablauf des Monats der Rente gutgeschrieben und berechnet werden, indem Sie Ihre Regelaltersgrenze erreichen. Das heißt also, alles das, was Sie von dem 63. Lebensjahr bis zur Regelaltersgrenze, bis zu Ihrem Lebensalter da an freiwilligen Beiträgen in die Rentenkasse einzahlen, wird also nicht jährlich neu zur Berechnung der Rente herangeführt werden, sondern es wird alles gesammelt und dann, wenn Sie Ihre Regelaltersgrenze, das Lebensalter der Regelaltersgrenze erreicht haben, ab dem Folgemonat wird dann die Rente komplett neu berechnet. Das heißt also, Sie erhalten dann auch auf diese zusätzlichen Entgeltpunkte keinen Rentenabschlag und die deutsche Rentenversicherung oder die gesetzliche Rentenversicherung kann hier also aus verwaltungstechnischen Gründen die ganze Sache erstmal sammeln und wird dann später Ihre Rente neu berechnen und auch einen neuen Rentenbescheid erlassen. So ist es gesetzlich vorgesehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 2 1 2 1